so guten tag wohl hallo auf dem kbis ch youtube channel wie immer der peter guhl am schwafeln heute wäre der richtige tag für den 1. august ansprach zur lage der nation und so in diesem stil aber über das rede ich ja sowieso die ganze zeit darum sage ich einfach schön geniessen und festet halt eine runde muss ich auch mal sein und das war's schon tschüssli